Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter das Schlusswort? Das ist nicht der Fall. Damit gelangen wir nun zur Abstimmung über den Antrag des Ausschusses für Innere Angelegenheiten, den Abschluss des gegenständlichen Staatsvertrages in 256 der Beilagen, gemäß Artikel 50 Absatz 1 Ziffer 1 Bundesverfassungsgesetz, die Genehmigung zu erteilen. Wer spricht sich hierfür aus? Den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mit Mehrheit so angenommen.